Was ist die Geschichte der Flüchtlinge? Das ist ein wichtiges Zeitdokument für uns alle. Albert Einstein ist in die USA geflohen. Vielleicht kommt die Flüchtlinge. Nein? Da fällt mir jetzt keiner ein. Ich weiß nicht, ob die berühmt sind. Die haben ein Geschäft hier in Regensburg. Und es ist eine Familie, die aus Vietnam geflüchtet ist, zu der DDR. Und dann sind sie zu der BRDR weitergeflüchtet. Das ist ein wichtiges Zeitdokument für uns alle. Das ist ein wichtiges Zeitdokument für uns alle.